Was hat das Formale eine sehr große Rolle gespielt in Bezug auf die Komposition? Durch meine Beschäftigung mit Architektur ist das Formgut von Anfang an archaisch gewesen. Streng gegliedert, weniger barock als geradlinig und eher kantig im Sinne der Renaissance. Das kam bald in den Bildern zum Ausdruck. Sie haben die Formgestalten zugunsten einer reinen Abstraktion stark reduziert. Warum wählten Sie Elementarformen wie Rechteck, Kreis oder Oval? Aufgrund ihrer einfachen, optisch unaufdringlichen Begrenzungslinien sind diese geeignet, Farbe unbeeinflusst zu lassen. Diese formale Zurückhaltung lässt Farbe hervortreten und macht sie erkennbar. Die Farbe wird autark. Bei dem Bild Gulli Mim von 1964 ist die fahnenartige Rechtecksform gleichzeitig sehr präsent. Das formale Gerüst trägt dazu bei, die Farbe präsent zu machen, sie zu aktivieren, nach vorne und ins Gedächtnis zu bringen. Strenge Formen wirken, wenn sie so stark nach vorne kommen, sehr eindringlich. Strenge Formen wirken 1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 0. Untertitelung des ZDF, 2020